So, dann schauen wir mal. Hot Food Tastic auf 80 Cent. Schönen Gruß nach Emden. So, von mir aus, jede zweite Umdrehung, 4 Euro, kann ich mit leben. Okay, drücken geht nicht. Schauen wir mal, ob Morgensstund hat Gold im Mund hier. So, jetzt werden wir wieder im Bild fällig. Ansonsten war ja hier 3 mal 4 Euro schon mal für die Quote. Dann kommt nichts mehr. Oh, da sind sie durchgelaufen. Schade. Selbstverdrückt. So, nachher hier eine Reihe 7 Glocken und Melonen. Ja, ab und zu mal was verdrücken, dann kommt vielleicht mal ein richtiges Bild. Jo, das ist ja schon mal ein bisschen Bild hier. So, und jetzt nochmal satt hinterher hier. Wollt nicht. Jo, das ist ja schon mal. Tja, 84. Kann man manchmal auch nehmen. Nur mal gucken, ob das nicht ein Fehler war. Na gut. So richtig gedrückt rieche ich ihn hier. Ja, manchmal muss man auch mal einfach annehmen. Ne? Ja. Gut. Wollt nicht. Hätte er auch als Reihe geben können. So, jetzt aber mal eine richtige Reihe hier. Ich brauche die 200, um auf 2 Euro zu drehen. Aber so Melonen hat er noch nicht wirklich gegeben hier. Ich brauche die 2 Euro zu drehen. Vielleicht muss ich jetzt sagen, Glocken hat er aber noch nicht richtig gegeben. Ich brauche die 2 Euro zu drehen. Ich brauche die 3 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 Euro zu drehen. Das kriege ich jetzt nicht mehr hoch. Mehr 7 Euro. Mehr Glocken. Mehr Glocken. Jetzt geht er gar nicht mehr zu drehen. Scheiße. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aber vielleicht könnt ihr mir ja nochmal wieder ein Bild hier, dass ich mal doch noch ein bisschen höher drehen kann. Zwei siebenen reichen, nicht? Aber da noch schön Melonen inzwischen. Wer schon mal weiß. Kaputt gedrückt habe ich ihn. Aber dafür jetzt noch ein finales Bild hier. Geht nicht mehr zu drücken. Ja, kaputt gespielt. Ich hätte mal laufen lassen sollen. Oder mal 84 annehmen. Ja, jetzt wird nur noch gezeigt hier. Ja, ich nehme schon mal ein Bild. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Vor allem, wenn er jetzt noch was hat zum drücken, dann kommt hier nichts. Wollte ich sagen, ist sofort weg, denn hat keinen Wert. Tja, verkackt.